Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Es geht, diesmal in League of Legends, wie ihr vielleicht seht. Ha, das hat sich gereimt, sehr gut. Wir sind zwar alle krank, aber das ist egal. Bei mir sind einmal der Christian, der Gerhard und der Timo. Guten Tag. Hallo. Ja, krank ist gut, wir sind alle am Husten und wir hoffen, dass man uns trotzdem ein bisschen versteht. Ja, der Timo, Husten wäre ja ganz cool, aber mein Bein fällt bald ab, aber läuft trotzdem. Läuft trotzdem. Der ganze Eiter läuft bei dir runter, na toll. Bei Timo aus dem Bein und uns beiden aus den Nasen, weil Garin gar nicht. Gar nirgends. Garin ist gesund, also musst du uns heute auf jeden Fall carryn. Österreicher haben halt ein bestes Immunsystem. Ist das so? Mhm. Timo, woher weißt du, dass der deutsch ist? Das war für Pascal. Achso, du bist ja gar nicht top. Heißt das, wir wollen den, die Typen hier machen? Weiß ich nicht, du warst gerade am Reden, da habe ich das hier in den System geschrieben. Okay, doch, doch, ich tank den hier, du tankst den Großen. Und danach sind wir zwar lowlife, aber egal. Also bin ich, ich habe vier Hypot. Vier Hypot? Ich habe eine Kohle geskilled oder was, ne? Ja. Oh Gott. Ich spiele ohne Wort am Anfang. Eigentlich muss man die doch so kiten, oder? Oh mein Gott, ich habe eine Katharina, warum habe ich eine fucking Katharina? Sag mal gar nicht, du bist gut gegen Katharina. Aber ich kann die nicht wirklich stunnen. Oh, wir sind richtig pro hier, was wir hier machen. Timo, du bist gleich tot. Easy peasy. Jetzt sind wir im Level Vorteil. Oh nein, Nunu. Oh nein, Nunu. Noll. Da ist der Vorteil dahin. Nunu ist einfach okay. Und Lucien. Lol. Lol. Lol, den kriegen wir auch nicht. wir sind am arsch ich kann fahren ich bin auch low du musst versuchen letzten auto attack zu machen bevor du deine weh machst wir ziehen jetzt wieder gestanden ok allein weh macht kein was war denn hier los das war richtig krass war toll aber die nun nur die frist einfach wieder irgendwas und es wieder ja da musst du aufpassen ich wollte eigentlich hier drücken aber habe ich wohl nicht da sind sie ja schon wieder auf park und ja so ja das ist gerade ein bisschen doch ist ja so deren jungler ich bin doch einfach besser vielleicht ist ja so oder weiß ich auch nicht ein ramos und ja so der will mich die wollen mich auch und half life okay vielleicht habe ich da noch eine kleine chance ich habe gar nichts mehr sind auf jeden fall richtig hart am arsch ich könnte mir noch ein lorans blade kaufen ich hoffe einfach gar nichts ich bin tot dann rennen wir in den tower roh lololol ich kann hier niemand töten bleib da stehen ich habe keine ahnung die würden aber er ist gesund ja ich bin tot ja das war ja fühlen sich da ein bisschen confident wo macht er den wort nicht da töten die sind low ach ich habe gedacht christian wäre hier ich bin tot bleib da nicht sonst immer oh my god ja so kommt ohne käse als ob er nicht gemacht man könnte auch kommen also bot geht wieder runter ich bin stark von aus alter läuft oh hätte ich mal ja ich konnte gerade nicht mal schnell genug meine fucking scheiße können jetzt machen ich sie versuche oder ist ein duschen hat sie sogar getroffen ich bin tot warum machst du so ja oh gott jetzt bist du tot bist du nicht die scheiß cutter easy ich denke die gewinnt 15 minuten dachte ich auch dann kamen drei platten zu unserer gegend hinter euch ja das war rampage ich habe ein bisschen fläschchen ist aggressiv nach vorne nein ich habe keine ulti go go easy oh das hätten wir verhindern sollen ja 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 joh Hehe Boool Köhk Hehe Das ist super Ja sind die auch Ach was Garin, die töten dich jetzt So, die machen Schaden Oh man Tralala, tralala Oh, das war dumm GG 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 Das zum Abschluss Ja, wie ihr seht waren wir ziemlich op Äh, ja Bis zum nächsten Video Und Tschüss Ahem Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020